Die Highlights im Juli Ich weiß, ihr seid da draußen. Ich kann euch sehen, wie ihr weg noch, habt versteckt, tötet und versucht zu überleben. Aber heute ist der Tag, an dem sich alles ändern wird. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Bist du bereit? Lass das Feuerwerk beginnen! Vorhin steht der einzig bekannte Mensch, der von einem Zombie gebissen wurde und es überlebt hat. Sharknado 1 und 2 Das sind Haie. Sie machen Angst. Niemand will gefressen werden. Sharknado 3, die Weltpremiere Vergiss nie die Botschaft. Die Zukunft ist nicht vorherbestimmt. Hasta la vista, Baby. Terminator 2, der Kultklassiker Meine Mission ist, dich zu beschützen. Und Dead Rising, die deutsche TV-Premiere Viel Glück, Freunde. Und Gott sei mit euch. Geiles Teil. Sag ich doch. Die Highlights auf Sci-Fi Die Highlights auf Sci-Fi Untertitelung des ZDF für funk, 2017